Nordkoreas Atom- und Raketentests beschäftigen weiterhin die Vereinten Nationen. Im Sicherheitsrat sollen nun weitere Sanktionen beschlossen werden. Der UN-Sicherheitsrat will über Nordkorea Sanktionen abstimmen. Quelle UNU, Notimex slash Deutsche Presseagentur Der UN-Sicherheitsrat will über weitere Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen wiederholten Atom- und Raketentests abstimmen. Laut dem von den USA eingebrachten Resolutionsentwurf sollen Lieferungen von Mineralölerzeugnissen wie Benzin, Diesel und Schweröl an das Land weiter drastisch verringert werden. Die Resolution sieht auch ein Exportverbot auf Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, Maschinen, elektrische Geräte, Erde, Gesteine und Holz sowie auf Schiffe vor.